Was geht ab Freunde und willkommen zurück zu einem Part Minecraft, allerdings kein gewöhnlicher Part, sondern ein kurzer Info-Part, ich habe Offscreen nicht weitergebaut, also wir sind immer noch hier ganz beim Alten, ich werde auch in diesem Part nicht weiterbauen, ich werde nur ein bisschen rumlaufen und ein paar Infos liefern, und zwar geht es um Man of the World, mit dem Guten bin ich ja seit einer Weile trotzdem im Kontakt, auch wenn er gerade aktiv keine Videos produzieren kann, äh, das ist dem geschuldet, dass er im Krankenhaus liegt, aufgrund einer verdächtigten, äh, Herzmuskelentzündung, natürlich nichts, wofür man spaßen sollte, äh, das sind wir nicht mir natürlich auch vollkommen bewusst, ähm, ja, die Messwerte sahen am Anfang recht gut aus, und hat sich auch schon recht schnell rausgestellt, dass da halt nichts eigentlich ist, und die Ärzte waren der Meinung, hey, pass auf, den behalten wir noch zur Untersuchung wieder, ursprünglich sollte er raus am Jetzt muss ich aufs Datum schauen Äh, natürlich Okay, äh, am 9. sollte er ursprünglich raus Und ich sehe gerade, hier fehlt sogar noch was Äh, darf ich, danke So, am 9.6. sollte er ursprünglich raus, so Meinten die Ärzte, hey, nee, pass auf, äh, da, das geht so nicht, äh, machen wir, machen wir nochmal, nochmal ein Bildchen, und dann, äh, kannst du am 10. vielleicht raus, müssen wir mal nach den Werten gucken, wenn die gut aussehen, dann, ne, so Okay, am 10. Und wann darf er raus, also, ne, ganz ursprünglich sollte er glaube ich sogar am, äh, äh, ähm, 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 am 6. glaube ich sogar ja doch genau eigentlich sollte am sechsten raus wurde dann auf den neunten verschoben wurde dann auf den zehnten verschoben und am zehnten hat er dann jetzt wundervoll erfahren hey pass auf du bleib doch noch bis zum dreizehnten die gar was obwohl es ihm halt gut geht und die werte auch nichts schlechtes sagen aber hey klar hauptsache die erste verdienen daran ja also was das ist keine ahnung auf jeden fall kommen wir halt nicht dazu minecraft aufzunehmen eigentlich war es für den sienten angedacht und dann wurde es halt verschoben auf theoretisch jetzt wo ich das video halt hier aufnehme am zehnten nein auch da darf er nicht raus es ist zum kotzen ich verstehe das nicht verstehen sind dahinter nicht ich meine klar es ist halt wie gesagt nichts wo man spaßen sollte oder womit man spaßen sollte aber sind wir mal ehrlich wenn es ihm halt gut geht und die werte nichts falsches sagen hallo ja auf jeden fall kann es sein dass eventuell bei ihm zu engpässen kommt und ich wollte halt mal ein informiervideo machen ich habe ihn halt extra gefragt ob ich das darf und ja darf ich also ja ich habe hier nichts weiter gebaut unser server läuft übrigens in 14 tagen aus da werden wir dann also demnächst noch mal neu nachlegen müssen und dann ist auch schon erstaunlich aber war echt ein jahr lang dieser server existent krass oder allein wenn man das hier schon sieht was wir in einem jahr gemacht haben ist das hammer also die häuser standen ja aber wir haben sie alle quasi alle geendet außerhalb die beiden die sind immer noch so wie sie waren das haben wir sogar selber gebaut selber gebaut das ist modifiziert also wirklich sind die beiden auch nicht mehr so wie sie waren und das haben wir auch komplett geändert und das kann halt auch alles dazu und alles das hammer eigentlich was so in einem jahr schon so passiert ist auch hier halt vereinzelt meine batterien und auch mein wunderschönes überhaupt nicht weiter gebautes super sicherheitshaus okay ja eigentlich war es das auch schon ich wollte halt nur kurz infos rauszimmern ja man of the world ist halt auch nicht glücklich drüber verständlich weil es ihm halt gut geht und er hat wieder raus will ich meine er darf auch nicht weiter arbeiten und alles er liegt halt krankenhaus klar ist jetzt nichts weltbewegend schlimmes es gibt schlimmeres zum beispiel auf dem friedhof zu liegen aber naja ihr wisst ja es ist nicht schön besonders nicht für einen der halt auch youtube videos macht und ja ist halt nicht schön gut dann war es das aber eigentlich auch schon wieder für dieses video ich hoffe es hat gefallen ich hoffe ihr seid jetzt informiert und vielleicht kommt noch mal ein vernünftiger part minecraft demnächst weiß ich noch nicht spätestens wenn wir halt zusammen wieder aufnehmen können dann kommen auf jeden fall normale parts minecraft und ja ich danke euch herzlich für eure aufmerksamkeit lasst kritik kommentar und bewertungen da und schaut doch mal bei man of the world vorbei weil er hat nebenbei zum glück so viel vorproduziert dass er keine probleme hat mit uploads freischalten das geht er zum glück auch per handy und schaut auf jeden fall bei ihm vorbei lasst einen kommentar oder eine 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 daumen eine daumen nach oben bitte schreibt auch extra als kommentar darunter eine daumen nach oben hashtag raccoonstabler also keine ahnung auf jeden fall ja vielen dank fürs zuschauen kritik kommentar und bewertungen und wenn ihr keine verpasst drückt auf abonnieren es gibt ja sofern wir heute zusammen aufnehmen auch wieder von mir folgen und ja wir sehen uns dann im nächsten video wieder bis dahin peace out und euer raccoonstabler play 3s wartet 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 habe ich eine schusswaffe nein habe ich nicht verdammt okay dann ebenso 360 nos go bam